Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute die besten Horrorfilme von mir. Also schrei dich an und hol die Popcorn und nack dir. Kahn, Kahn, alles. Kahn? Fuck. Okay, Kahn, mach dich fertig, wir bekommen Besuch. Was? Wir sind doch erst frisch umgezogen. Wer soll denn kommen? Wer könnte es sein? Wir sind doch erst neu in der Stadt. Habt ihr ne Ahnung? Dacht ich's mir. Junge, was machst du? Mama, guck nicht. Vielleicht die nette Frau bei Netto? Nee, oder... Oh mein Gott, bitte nicht. Mama, bitte sag nicht, es sind die Nachbarn. Bitte nicht die Nachbarn. Dann lernst du auch den Sam kennen. Sam? Das Nachbarskind. Schon als wir eingezogen sind, hat er mich schief angeschaut. Was ein Cracky. Viel Spaß, Kinder. Na, Kahn? Hast du Lust zu spielen? Uh, passt, 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 Bro. Es war ne Runde und zwar ne Nice. Und die Gegner, die sind einfach nur scheiße. Er ist wirklich lustig. Okay, doch nicht. Ist wohl eine Zeit für mich zu gehen. War echt cool. Was? Echt? Ah, schade, dass du gehst. Nicht dich. Was? Hast du Lust zu spielen? Kahn, 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 Kahn. Was für nur nen Traum? Ach du Scheiße. Okay, Kahn, mach dich fertig. Wir bekommen Besuch. Was? Von wem? Sam? Kahn. Was? Kahn, das sind nicht deine Großeltern. Ja, ich bin Kahn. Mama, wer sind meine Großeltern? Kann ich sie mal treffen? Was mich hier wohl erwartet? Hallo, mein Junge. Hallo, mein Junge. Ich hoffe, es wird cool. Hast du Hunger, mein Junge? Nein, danke Oma, ich bin voll. Was? Was ist los? Hast du Hunger? Was? Was ist mit Oma und Opa los? Kahn. Was? Kahn, das sind nicht deine Großeltern. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Antwort zu deiner Oma. Hast du Hunger? 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 Na, hast du Hunger? Warte mal. Hast du mich vermisst? Sam? Hi, ich bin Kahn. Mein Leben ist toll. Es macht so Spaß. Ich liebe meine Eltern, aber... Mama, wer sind meine Großeltern? Du, Schatz, auf jeden Fall. Kann ich sie mal treffen? Okay. Let's go. Doch nun war es soweit. Wie sehen Opa und Oma eigentlich aus? Endlich werde ich die alten Knacker kennen. Nicht mal ein Bild bekam ich zugesehen. Was mich hier wohl erwartet? Hm? Hallo, mein Junge. Oma Angela, 77. Hat eine künstliche Hüfte und ein Bodycon von 1. Ja. Hallo, Junge. Und Opa Olaf, 80. Bodycon von 2. Gehen los. Schick hier. Das ist dein Zimmer, mein Junge. Danke, Oma. Ich hoffe, es wird cool. Lust zu spielen? Hast du Hunger, mein Junge? Nein, danke, Oma, ich bin voll. Ich brauche eine 6. Nein. Hast du Hunger? Nein, Oma, ehrlich. Du musst! Doch, du willst. Nein, Oma, ich will nicht essen. Ja, ich habe gewonnen. Die alten Knacker haben verloren. Hallo. Was ist los? Redet. Hast du Hunger? Was? Irgendwann stimmt hin. Geh ran, geh ran, geh ran. Hi mein Schatz. Mama hol mich ab. Was? Was ist los? Was ist mit Oma und Opa los? Was? Wo sind die? Warte. Die sind hier. Kahn. Ja. Was? Was? Kahn ist ja nicht deine Großeltern. Let's go. Boah. Junge, was ist denn? Kahn. 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 Ich habe sie umgebracht. Was? Ich habe sie umgebracht. Was? Wen? Wen? Wen hast du umgebracht? Mama? Warum habe ich das getan? Das ist falsch mit mir. Wo ist Mama? Wo ist Mama? Unten im Wohnzimmer. Auf dem Boden. Ist sie wirklich? Kann sie wirklich nicht werden? Was? 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 Kahn? Mama, wann kommt Opa wieder? Ganz bald, mein Schatz. Mach dir keine Sorgen mit dir schlafen. Mama, ich weiß schon, dass wir ihn nicht mehr sehen werden. Kahn, mein Schatz, bitte. Ich seh ihn aber noch. Was meinst du mit, du siehst ihn? Ich geh jetzt schlafen, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo, Opa. Wo bist du? Schatz, was macht unser Sohn da? Was mit der Brille? Ist das die Brille von meinem Papa? Ja, da ist doch nichts. Mama, du hast ihn fühlend gemacht. Was, wen hab ich? Wer kann? Kahn? Kahn, was meinst du? Er. Das ist Opa. Bitte nein, Opa, hör auf. Opa, wo bist du? Wir ziehen hier aus, was? Aber nicht ohne Opa. Doch! Nein, Mama. Endlich wieder ein normales Leben. Hallo, Opa. Oh, was bist du denn für eine Mutter, Alter? Ich hab dir gesagt, rede vernünftig. Mama, geh raus. Mama, geh raus, sonst was. Sonst mach ich dich aus. Ey, wo hat Mama meine scheiß Playstation gepackt? Oh. Das kann doch nicht sein. Du kleine Avogaträger möchtest macht? Was? Bitteschön. Mach, was du willst. Ich hab dir gesagt. Oh mein Gott. Hahaha. Mama, du kannst mir gar nichts mehr. Red, Hilfe. Hä? Alter, ich kann stoppen. Mama. Du machst mein Leben doch nur zur Hölle. Wir sind doch nur am streiten. Seitdem Papa weg ist. Ich kann stummeln. Oh, lass mich zocken. Lass mich zocken. Danke Mama. Und in die Vergangenheit und Zukunft? Für gar nichts. 2012? Bin zu Hause. Hi Schatz, na, wie geht's? Warte mal, ist das... Papa? Wer bist du? Raus aus meinem Haus! Verschwindet, verschwindet! Hi, na? Was? Vermisst du Papa? Hast du schon vergessen? Lass uns Papa zurückholen. Okay. Hier ist Papa. Wir holen ihn einfach zurück in unsere Gegenwart, okay? Okay. Mich brauchst du nicht mehr. Hä? Was? Rang, komm runter essen. Mama, halt. Papa und ich warten auf dich. Papa? So Schatz, was ist es? Bist du bereit? Und wie findest du's? Wie macht ihr das alles hier voll abends? Mach dir keine Sorgen. Quasi nicht? Du bist. Wir sind weg. Wir sind weg. Unheil zu. Weil ein Töger wird krepp. Quasi nicht. Tjana? Ich bin der Tjana. Fuck. Tjana mach keine Scheiße, das ist nicht witzig. Wer sieht mich? Tjana? Tjana? Tjana, witzig, komm doch raus. Wer kam, mein Schatz, und hilft mir. Tjana? 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 Tjana?